Da ihr es absolut liebt, wenn ich ASMA-Videos drehe, gibt es jetzt hier den fünften Teil. Ich habe mir wieder ein paar Sachen rausgesucht. Kommentiert am Ende, was euch am besten gefallen hat. Handy. Dieser Film. Spray. Okay, das nächste liebe ich. Erdnüsse. Jetzt die Honigfarbe. Drückt das bloß für mehr.